Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Anzahl ihrer Abonnenten auf YouTube verbergen könnt. Zunächst einmal geht ihr auf euer Profil und drückt auf meine Daten auf YouTube. Dann scrollt ihr hier runter und drückt hier unten rechts auf den Pfeil. Und wie man sehen kann, steht dort 6 Abos privat. Dann könnt ihr einfach darauf drücken und es privat stellen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.